Jungs, sollen wir es wirklich tun? Ich habe ein bisschen Angst, um ehrlich zu sein. Oh, okay. Ich kann die Pixel jetzt schon riechen, was ist das? What the fuck? Ich glaube, das darf nicht falsch verstanden werden. Holy shit. Alter, was ist dieses Spiel? Man muss mit dieser Taste schießen. Nein, es sind die Outriscus. Was ist dieses Spiel? Oh Gott. Ja, wahrscheinlich. Junge, war die Kugel fucking 15 Zentimeter dick oder warum hat sein Arm so abgefetzt? Ja, wie kommt der denn da rauf? Ich werde dich von dir machen machen. Well, du hast gut gemacht, Junge. What the fuck? Bruh. Ugly Chris. Und der ist auch nur auf Ugly getaggt. Familienfoto. Für 650 ein Foto. Ich finde es so nice, wie die Bibel nur 7 Dollar kostet, aber einfach der Familienfoto 650. Perfekt. Äh, perfekt. Einfach perfekt. Bruh. Oh mein Gott, ich bin zu dumm. Nein, fährt der Zug jetzt ohne mich. Oh mein Gott, ich muss einfach nur los. Are you sure about that? Nein, ich muss den Typ für 3 Minuten beschützen. Er steht da im Frimstone und er macht nix. Wie lange kann er überleben? Was ist das? Er wurde angeschossen, steht da im Frimstone und macht nix. Der Typ will ja auch sterben. Nein. Dann müssen wir auf jeden Fall nochmal einen zweiten Part machen, ey. Wir müssen, wir müssen einfach. In dem Sinne zocke ich jetzt Red Dead 2. Baba Boy. Baba Boy. Baba Boy. Baba Boy. Baba Boy. Baba Boy.